Du kennst die schwierigste Stelle in deinem Stück genau. Doch glaube mir, es gibt noch etwas viel Schwierigeres. Das sind Pausen und lange Noten. Wie komme ich zu dieser Behauptung? In diesem Video erfährst du, warum Pausen und lange Noten die häufigste Fehlerquelle im Zusammenspiel mit anderen sind und was du tun kannst, damit du sie mit Leichtigkeit spielst. Zudem lüfte ich das größte Missverständnis, wenn es um Pausen geht. Also ich glaube dir, dass diese eine Stelle mit diesem waghalsigen Sprung in hohem Tempo wirklich schwer ist. Ich kenne auch diese Wirkung, die so eine Stelle haben kann. Selbst wenn du sie unzählige Male geübt hast, wenn du sie sogar meisterst, heißt das noch lange nicht, dass sie im Verlauf des Stückes dann auch wirklich klappt. Vor allem, wenn dann noch das Kopfkino einsetzt und dir schon Tag bevor er signalisiert, dass die Stelle gleich kommt, dass sie unmittelbar bevorsteht, dass du ihr nicht mehr entrinnen kannst und BOOM, schon hast du zu früh eingesetzt, denn die Stelle soll ja wirklich schnell sein und sicherheitshalber hast du mal früher losgelegt. Mist. Ja, das passiert mit einer schweren Stelle. Doch da kannst du etwas tun. Da mache ich demnächst auch ein Video dazu. Versprochen. Doch jetzt soll es erst einmal um etwas viel Schwierigeres, ja sogar Gemeines gehen. Um lange Noten und Pausen. Die verstecken sich nämlich hinter ihrer unschuldigen Maske, die dich in die Irre führt. Sie gaukeln dir vor, dass du sie gar nicht üben musst, dass du sie sogar gar nicht üben kannst. Die spielst du in der nächsten Probe. Dieser lange Ton, der ist ja auch gar nicht schwer. Und die Pause erst recht nicht, denn da musst du ja gar nichts spielen. Pipifax. Und schon haben sie dich kalt erwischt. Plötzlich fragst du dich, wie lange ist der Ton noch? Was spielen die anderen da eigentlich gerade? Warte, wo bin ich? Und in der Pause. Ich blicke nicht mehr durch. Wann ist mein Einsatz? Momente der Panik. Merkst du was? Lange Noten und Pausen tun so, als seien sie ganz leicht. Und schon bist du raus. Warum ist das so? Wenn du eine Melodiestimme oder zumindest eine bewegte Stimme spielst, dann hast du etwas zu tun. Dann bist du bei dir. Dann spürst du den Flow der Musik. Dann spürst du den Puls. Und da ist es ganz leicht, mit den anderen zusammen zu sein. Doch in dem Moment, in dem der lange Ton oder die Pause beginnt, bewegst du die Finger nicht mehr. Und dann bist du nicht mehr so aktiv. Doch das stimmt nicht ganz. Deine Aktivität wechselt. Du musst den Flow beibehalten und den Puls weiterhin spüren, indem du ihn von den anderen übernimmst. Du hörst jetzt aktiv. Klar, hören musst du immer. Doch das Entscheidende ist, dass du deinen Puls beibehältst. Das ist leichter, wenn deine Finger in Bewegung sind. Deshalb beschreibe ich es einmal so. An dem Zeitpunkt, an dem der lange Ton oder die Pause beginnt, wechselst du vom aktiven Spielen ins aktive Hören. Wenn du diesen Wechsel verpasst, verlierst du den Puls und dann bist du schlimmstenfalls raus. Ein langer Ton kann sich statisch anfühlen, weil du ja die Finger nicht mehr bewegst. Arbeite bewusst gegen dieses Gefühl an, indem du die anderen aktiv hörst und den Puls weiterlaufen spürst. Ein langer Ton ist auch ein fließender Klang. Und erstaunlich, wenn bei den anderen die Töne wechseln, kann sich dein Ton plötzlich ganz anders anhören. Nimm das bewusst wahr. Eine Pause kann sich auch statisch anfühlen, doch da sehe ich auch eines der größten musikalischen Missverständnisse. Was bedeutet für dich Pause im Alltag? Also bei mir sieht das so aus. Ich mache mir einen Kaffee, setze mich auf das Sofa, lese ein Kapitel in meinem Buch und genieße den Kaffee dabei. Pause heißt chillen, relaxen, alle Viere von sich strecken. In der Musik verbringt man die Pause meist mit warten. Warten auf deinen Einsatz. Doch da hast du schon den Puls verloren und dein Einsatz kommt nie. Deshalb musst du auch in der Pause aktiv hören. Deine Stimme ist nur ein Mosaiksteinchen im Gesamtklang des Orchesters oder der Band. Wenn du Pause hast, dann fließt dieser Gesamtklang weiter, dann fließt der Puls weiter. Also auch der Puls deiner eigenen Stimme. Pause ist ein musikalischer Fachbegriff. Der bedeutet nicht warten. Pause bedeutet in der Musik Stille. Die Pause wird als rhythmisches Zeichen notiert, als Achtelpause, als punktierte Viertelpause, als halbe Pause. Doch Pause ist kein Rhythmus. Pause bezeichnet eine Lautstärke. Die Stille. Nenne die Pause deshalb ab jetzt nicht mehr Pause, sondern Stille. Dann wird vieles klarer. Die Stille hat einen klar definierten Beginn und ein deutliches Ende. Anfang und Ende der Pause sind rhythmische Zeitpunkte. Vorher bzw. nachher findet hörbarer Klang statt. Stille ist ein dynamischer Sonderfall. Da gibt es kein Abschätzen. Etwa, wenn da Mezzo-Piano steht. Und wie laut soll das dann nun sein? Stille ist unhörbar. Doch, da passiert eine ganze Menge. Zu Beginn der Stille wirkt der Klang zuvor noch nach. Dieses Fortissimo, das dröhnt noch in meinen Ohren. Spüre das. Während der Stille deiner Stimme sind andere Instrumente hörbar. Und zum Ende der Stille, da passiert auch etwas. Da entsteht vielleicht so ein unsichtbares Fragezeichen, wie es nun weitergehen könnte. Und mit dem Einsetzen des nächsten Klanges wird diese Stille aufgelöst. Es passiert also eine ganze Menge. Verpasse das nicht, nur weil du einfach mal abgewartet hast. Wie kannst du lange Noten und Stille nun bewusst vorbereiten? Das Erste ist, dass dir absolut klar ist und dass du wirklich einsiehst, dass Pausen und lange Töne das Schwierigste überhaupt sind. Dann nimmst du sie ernst und dann kannst du sie auch spielen. Und du kannst sie sogar üben, damit du sie sicher spielen kannst. Was kannst du tun? Nimm einen Stift. Bei Tönen, die über mehrere Takte gehalten werden, zähle ich die Takte durch und notiere die Taktzahlen darüber. Dann muss ich nicht mehr in die Noten schauen, sondern kann dorthin schauen, wo etwas passiert. Zum Beispiel zu dem Flötisten, der die Melodiestimme spielt. Oder zu der Dirigentin, die die Einsätze gibt. Oder ich schaue in meine Noten und schaue voraus, um den nächsten Ton zu erkennen. Mehrere Pausentakte hintereinander werden in den Noten oft in einem Takt zusammengefasst mit einer Zahl darüber, die die Anzahl der Pausentakte angibt. Ansonsten zähle ich auch hier die Pausentakte durch. Als nächstes notiere ich in meinen Noten, egal ob langer Ton oder Pause, wo etwas Auffälliges passiert. Zum Beispiel, wo das Schlagzeug endet oder die Streicher einsetzen. Dafür habe ich mir eine Aufnahme angehört oder in der Probe bewusst zugehört oder ich habe in die Partitur hineingeschaut. In der langen Pause weiß ich ganz genau, wann ich das Saxophon ansetze, wann ich den nächsten Ton greife und wann ich einatme. Ich habe also in der Pause einiges zu tun. Mache das bewusst und schon bist du aktiv. Es geht also darum, dass du während deines langen Tones oder deiner Pause aktiv bleibst. Spüre den Puls weiterfließen und höre deine Spielpartnerinnen und Spielpartner aktiv. Entscheidend ist dabei der Übergang von der aktiven Bewegung ins aktive Hören. Begreife die Pause als Stille und dieser Übergang gelingt dir leichter. Jetzt bleibst du im Flow und kannst dich auf die wirklich schwierige Stelle im Stück konzentrieren. Viel Erfolg und viel Spaß! Aktives Musizieren ist lebendiges Musizieren und das wünsche ich dir! Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.